Sie achten schon immer auf höchste Sorgfalt, wenn es um die Auswahl frischer Lebensmittel für Ihre Kunden geht. Aber wie kommen diese Lebensmittel im Haushalt des Kunden an? Vielleicht wussten Sie noch nicht, dass sich selbst die frischsten Lebensmittel in einer falschen Verpackung verändern oder sogar schlecht werden können. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Sie bei der Auswahl der Verpackung mit derselben Sorgfalt vorgehen wie bei den Lebensmitteln. SEO Quattro sorgt mit ausgewählten Lieferanten für eine garantiert hochwertige und einzigartige Verpackung. IDEA Brill setzt sich aus einer Schicht leichtem, reißfestem Kraftzellstoff und aus einer speziellen Aluminiumbeschichtung in niedrigster Konzentration zusammen. Diese Kombination schafft einen optimalen Frischerschutz für Lebensmittel. Forschungsstudien der UNICAM, Verband für Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln unter der Leitung von Professor Sauro Vittori, bestätigen, dass diese Verpackung eine bessere Haltbarkeit des Lebensmittels gewährt. So bleibt beispielsweise der pH-Wert von Fleisch, das in dieser Verpackung gelagert wird, bis zu sieben Tage lang unverändert. Dank IDEA Brill findet jedes Lebensmittel die richtige Verpackung. Für Wurstaufschnitt reicht beispielsweise eine Lage des Verpackungsmaterials, auf der die einzelnen Scheiben verteilt werden. Bis zu 300 Gramm können in der Verpackung abgepackt werden und halten mehrere Tage lang frisch. Falten Sie die Lage höchstens einmal zusammen, damit der Aufschnitt luftig bleibt und nicht zusammenklebt. Durch Vakuumieren wird die Lage noch länger haltbar. Für die Aufbewahrung von Käse ist IDEA Brill besonders gut geeignet, weil sein intensives Aroma eingeschlossen und konserviert wird und zusätzlich im Kühlschrank nicht auf andere Lebensmittel übergeht. Für Selbstbedienungstheken eignen sich vor allem geschmackskonservierende Folien, auf die beispielsweise schon morgens frisch aufgeschnittene Käsescheiben gelegt, dann etikettiert und vakuumiert werden. Dies ist außerdem ein praktischer Vorteil für Ihre Kunden, die den Käse zu Hause nach Entnahme einer Scheibe erneut in der Verpackung lagern können. Sie schneiden einfach eine Seite des vakuumierten Beutels auf und verwenden ihn beliebig oft weiter. Mit IDEA Brill ist sogar Fisch als anfälligstes Lebensmittel optimal geschützt. Ab heute haben feuchte, tropfende Plastiktüten ausgesorgt, die unangenehme Gerüche im Kühlschrank hinterlassen. Mit IDEA Brill wird der Fisch direkt in der Verpackung hygienisch eingeschlossen. Durch das Vakuumieren werden Flüssigkeiten und Gerüche optimal versiegelt. Dank der optimalen Kombination von Folien, Trennpapieren und Beuteln bleibt auch Fleisch hygienisch sicher verpackt. Für größere Fleischstücke eignet sich vor allem die praktische und widerstandskräftige Lösung für den Metzgereibedarf, wodurch Fleisch im Handumdrehen in größeren Beuteln geschützt wird. Für küchenfertige Lebensmittel eignet sich die geschmackskonservierende Folie, die optimal schützt und ästhetisch aussieht. IDEA Brill eignet sich auch für die Aufbewahrung von süßen und herzhaften Lebensmittelerzeugnissen. Aufgrund seiner guten Faltbarkeit können mit IDEA Brill wirklich individuelle Verpackungen gestaltet werden. Produkte von IDEA Brill sind umweltfreundlich, tragen zur Abfallvermeidung bei, können wiederverwertet und recycelt werden. Vielseitige Nutzung. IDEA Brill ist ein vielseitiges Produkt, das für die Verpackung aller frischen Lebensmittel verwendet werden kann. Wiederverwertung. Die Beutel können mehrere Male wiederverwertet werden, um Lebensmittel im Kühlschrank aufzubewahren. Im Unterschied zu anderen Verpackungen bleiben die Lebensmittel nicht an der Folie kleben. Platz- und Abfallvermeidung. IDEA Brill reduziert den benötigten Platz beim Transport, im Geschäft und sogar im Mülleimer. Verpackungsfolien und Schutzbeutel lassen sich einfach voneinander trennen und zur getrennten Abfallentsorgung geben.